Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Damir Fraas. Ich bin der Brüssel-Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland und heute bin ich verbunden mit Katharina Barley. Sie war Justizministerin in Deutschland und ist seit einem Jahr Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Besonders liegt ihr am Herzen, dass in Europa die Rechtsstaatlichkeit funktioniert. Hallo Frau Barley. Hallo Herr Faas. Frau Barley, wir wollen ein wenig über den Ausgang der Präsidentenwahl in Polen sprechen. Dort scheint jetzt ziemlich sicher Amtsinhaber Andrzej Duda gegen seinen liberalen Herausforderer Rafał Czaskowski gewonnen zu haben. Hat Sie das Ergebnis überrascht? Natürlich hatte ich gehofft, dass es anders ausgehen würde am Ende, aber ich bin schon froh, dass die ganze Propagandamaschine und die ganzen Tricksereien der polnischen Regierung nicht dazu geführt haben, dass Duda quasi durchmarschiert ist, dass es überhaupt zu einer Stichwahl gekommen ist, dass es jetzt so knapp ist. Es war unheimlich schwer, das vorher einzuschätzen. Es gibt viel co-europäische Gedanken in Polen. Es gibt auch Unmut über die regierende PiS-Partei. Also insofern überrascht nicht wirklich und ich hätte es mir natürlich ein bisschen anders gewünscht. Was bedeutet denn die Wiederwahl Dudas für das Verhältnis der EU zu ihrem Mitgliedstaat Polen? Das wird jetzt sehr darauf ankommen, was die polnische Regierung daraus macht. Denn sie kann natürlich auf zwei Weisen reagieren. Das eine ist, sie kriegt Angst, ein häufiges Phänomen bei solchen autoritären Regierungen und dreht die Schraube jetzt noch enger, also noch mehr Reformen gegen die Demokratie gegen Rechtsstaatlichkeit. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Dann muss die EU sich knallhart wehren. Oder sie haben den Schuss jetzt gehört und sehen die große Unzufriedenheit mit diesem Kurs und drehen etwas bei. Also es könnte am Ende vielleicht der EU sogar nützen. Sie fordern, wie viele andere in der EU auch, dass künftig die Auszahlung von EU-Geldern an die Bedingung geknüpft wird, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten die Rechtsstaatlichkeit einhalten. Am kommenden Freitag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zu einem Gipfel und werden möglicherweise auch darüber sprechen. Glauben Sie denn, dass die Regierungschefs da mitmachen bei dieser Forderung? Ja, die Europäische Union hat ja drei Institutionen, die dabei mitmachen müssen. Das ist die Kommission, die ist da an Bord, das Parlament sowieso. Und das Dritte ist eben der Rat, das sind die Mitgliedstaaten. Und da ist jetzt die große Frage, wie die sich verhalten werden. Der Ratsvorsitzende Charles Michel hat schon mal in vorauseilendem Gehorsam bei der Frage der Mehrheiten beigedreht und hat gesagt, hat sich dem ungarischen Regierungschef Orban vor allen Dingen gebeugt und hat gesagt, dass der Rat nicht nur ein Widerspruchsrecht haben muss mit zwei Dritteln seiner Mitglieder, sondern dass der Rat aktiv zustimmen muss mit zwei Drittel. Hört sich ganz ähnlich an, ist von der Funktionsweise aber natürlich was ganz anderes. Und das macht mir schon große Sorgen. Hat die deutsche Ratspräsidentschaft jetzt natürlich großen Einfluss drauf. Ich setze wirklich darauf, dass Deutschland da hart bleibt, dass Merkel da auch hart bleibt und diese Voraussetzung Rechtsstaatlichkeit ganz hoch nimmt. Ist Deutschland in dieser Hinsicht ein ehrlicher Makler? Vor allem wird Deutschland auch in Polen beispielsweise als ein ehrlicher Makler angesehen? Wir haben jetzt erlebt in diesem Wahlkampf, dass die nationalkonservative Seite mit antideutschen Ressentiments gearbeitet hat. Also wird sich das möglicherweise in dieser Frage auch auf die Arbeitsfähigkeit der deutschen Ratspräsidentschaft auswirken? Sie haben völlig recht. Die polnische Regierung hat das alte Muster bedient, dass solche Regierungen nutzen, wenn sie Angst bekommen. Sie suchen Feindbilder und das war in diesem Fall auch wieder Deutschland. Ob das jetzt einen Einfluss hat, muss man sehen. Denn die Ratspräsidentschaft ist ja jetzt kein förmlicher Vorsitz, das hat immer noch Charles Michel, sondern es ist eher eine Verhandlungsführung. Und da passiert eben sehr viel hinter den Kulissen. Da wird viel miteinander gesprochen. Und das weiß ich jetzt noch aus meiner eigenen Zeit in der Regierung. Den Dialog führt man ja. Also ich habe damals auch meinen polnischen Kollegen getroffen, aber das war ein sehr ehrliches Gespräch, nennen wir es mal freundlich so. Aber es war ein Gespräch. Und darauf hoffe ich, die deutsche Regierung besteht aus sehr erfahrenen Mitgliedern, dass dort in den Verhandlungen etwas bewirkt werden kann. Das war eine RND-Videoschalte mit Katharina Barley. Frau Barley, vielen Dank. Einen schönen Tag und auf bald. Sehr gerne. Bis dahin.